Hallo und herzlich willkommen zurück bei OverChallenge. Ich bin der Graphic Arrow und hallo Sanrico93. Die Settings Challenge machen wir heute. Ändere folgendes in den Einstellungen. Maus umkehren an. Mausempfindlichkeit 100. FOV, also Sichtfeld, niedrigste, primäres Feuer, rechtsklick, sekundäres Feuer, linksklick, springen auf Tabulator und Statistik-Taste auf der Sprung-Taste, auf der Leer-Taste sozusagen. Uff. Okay. Ähm. Geh mal eins nach den anderen durch. Maus umkehren. Oder ich beginn mal von unten. Springen ist Tabulator und Tabulator ist... Achso, Dings. So, ich switch mal hier rüber. Geh mal hier auf Dings. Da habe ich übrigens noch die von der letzten OverChallenge. Ah, eins. Springen ist Tabulator. Ist doch. Steuerung. Ehm. Springen. Ne, was da? Also Tabulator. Punktanzeige. Zuschauen, zuschauen, zuschauen. Verschiedenes. FPS, Freunde, Heldenauswahl, Heldeninformation. Äh. Screenshot, UI, Moderator. Hä? Wo ist denn das? Statistik, oder? Ja. Zuschauerperspektive ändern, belegt, sondern mit Statistik. Ist das das? Haben wir noch etwas? Sprüche, Emotes. Kommunikationsmenü, Ultimeter. Spruch. Rechts, rückwärts. Okay, nein. Dann haben wir, äh, sekundärer Modus ist links. Und das ist rechts. Oh Gott. Primärer ist rechts. So, was haben wir denn noch? Zack, ich switch wieder rüber. Äh, sekundärer Modus ist links. Primärer Dings. F, O, V, ein, äh, niedrigste. Und Mausempfindlichkeit 100. Mausumkehren an. F, O, V. Ähm. F, O, V, das niedrigste. Äh, Mausumkehren. Ja. Was bewegt das nochmal? Das sind links, rechts, rechts ist links und, äh, egal. So. Zack. Die ist umgekehrt. F, O, V, das niedrigste. 100, äh, Dings. Mausempfindlichkeit. Warum ist das so, wieso? Es wundert mich gerade, dass das so langsam ist. Alle Helden. Mausumkehren ein. Okay. Okay. Äh, ich habe noch von der letzten Challenge, da, guck mal kurz. Zack, das ist ja noch von der letzten Challenge. Äh, da habe ich wieder auf standardmäßig. Da stand ja nicht drin, dass ich es in den PC-Einstellungen ändern muss. Und ganz ehrlich, ich bin auch froh drüber, weil, äh, das war schon anstrengend genug. Okay, aber dann lassen wir, es ist ja wirklich da, PC-Einstellungen sind da auf 750 dpi und Mausbeschleunigung aus. Das ist standardmäßig bei mir. Aber okay. Passt. Ich habe das eingestellt. Wir schauen noch einmal nach, aber ich habe jetzt alles eingestellt. F, O, V, auf relativ niedrig. Steuerung. Mausempfindlichkeit 100, Mausumkehren ein. Und die Dings habe ich auch gemacht. Ja, na passt. Also die. Gut. Schauen wir mal. Bin gespannt. Boah, die letzte Channel. Boah, die hat mich so fertig gemacht. So. Komm schon, Overwatch. Hab keine Zeit. Mach schnell. Komm. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Hey, Overwatch, ich nehme gerade auf. Hey, du. Hallo. Overwatch. Okay. Machen wir halt nicht. Loopbox auf. Schon wieder die Karte. Wählen Sie Ihren Helden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sichtfeld. Rechts ist links und links und rechts und, oh Gott, oh schöne. Was habe ich mir da angetan mit Dover-Challenge? Aber hey, wirt schon, wirt schon. So, ok, ich schon sehr empfiehlen, ehre bedeutet, Erlösung, schön zu sein, achso, das ist mit Maus umkehren, wenn ich nach oben ziele, geht er nach unten, wenn ich nach unten ziele, geht er nach oben, springen, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, links und rechts ist normal, aber, oh Gott. Nein, ich will runterziehen. Ah. Habe ich sonst alles? Ich switche hier nochmal rüber. Ja, dürfte passen. Ja, sollte passen. Denji. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff, beginn. Äh, ja. Toll. Boom. Boom. Die Turret. Raufziehen. Runterzielen. Seht, was unsichtbar ist. Oh Gott. Ja, toll. No, that's anymore. Oh Mann. Ich muss meinen Namen reinwaschen. Das ist ungewohnt. Ah. Ja, ich habe keine Chance. Ich komme nicht klar mit der Steuerung. Ich komme da einfach nicht klar. Ich beschütze die Unschuldigen. Gegen eine Widome. Nein, eine Dingskirra. Achso, nein. Ich muss ja springen. Mann. Rauf, rauf mit dir. Rauf, nicht. Spring doch. Da. Spring. Achso, er schießt ja auch die ganze Zeit. Wenn ich hier auf der falschen Dustedlie. Mann. Das wahre Selbst ist ohne Form. Boah. Der Feind hat einen Teleporter. Wie ich das einfach wieder fertig mache. Ich habe dich im Blick. Mein Kamikrat ist bereit. Ah. Heilung verstärkt. Jetzt geht's um den Kraten. Mann, was mache ich denn? Rauf. Rauf. Ja, toll. Boah. Jetzt bin ich schon wieder so verkrampft. Übermut ist ein schwacher Schild. Erst wo einen Teleporter haben. Oh Mann. Dann wieder irgendwie zu kriegen, ist eigentlich ziemlich schwer. No, 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 no. Mann, ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Die mit dem bescheuerten Schild. Das Ende ist nicht in Stein gemeißelt. Ich komme hier nicht gerade. Hilfe. I'm drunk. Don't kill me. I'm drunk. Meine Systeme sind wieder hergesteckt. Ah. Wo ist jemand? Da oben. Toll. Boah, ist das heftig. Das ist echt heftig. Was ist denn mit unserer Video? Was macht die? Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. So, macht das einfach so kaputt. Der Feind hat einen Teleporter. Ich bin bei mir hinten. Noch 30 Sekunden. Ich bin bei mir. Baumwilo. Der Wolf nimmt Pferde auf. Mein Ultimate ist vorbereitet. Rückt vor. Kein Sache. Die Wolfer helfen uns. Das gibt's nicht. Ja, boah. Echt. Das ist echt heftig. Hallo? Achso, tut dir ganz nicht leid, dass der... Mama Mia, Mama Mia! Logik's! Schöner Doppelkill! Greiferkill, oder? Da kommen auf einmal die Schöbelkennen geflogen. So, Metsche verlasse, ne? So, ich hoffe ihr seid mal nicht böse, aber ab und zu muss man leider nur eine Folge machen, je nachdem auch wie die Challenge natürlich ist. Nein, war schön, aber war auch interessant. Probiert das mal selber aus. Es heißt ja nicht, dass nur ich das machen muss. Das kann ja jeder machen. Also somit, liebe Leute, probiert es selber mal aus. Es ist durchaus interessant. Ob es schön ist, muss ich das selber bestimmen. Aber, äh... Es ist interessant. So, ich mach das hier mal. Wieder links, das rechts. Äh... Bestätigen... Und... Team-Set. Achso, springen. Blup! Springen. Auf Spring-Break. Und dann... Statistik ist Tabulator. Noch irgendwas? Ah ja, Maus umkehren. Äh... Hopp! Steuerung, Maus umkehren, aus. So! Ich bedanke mich vielmehr fürs Zusehen und... Achso! Ja, natürlich! Wisst ihr, weil wir ja... Das geht sich noch aus. Okay? Das geht sich noch aus. Lootboxen. Die paar Stück machen wir noch. Oh, darf ich noch eine vom Event? Lege da! Buuuu! Okay. So. Wir haben noch welche. Lootboxen. Ui! Äh... Episch. Schaut aber halt auch cool aus, finde ich. Ich finde, der Reaper schaut allgemein ziemlich geil aus. Ja. So. Was haben wir jetzt? Huiii! Da ist nichts besonderes. Ich bin euer Schild. Episch! Ah, das geht schon mir. Ich mag Sombra. E-Gendär! Schon wieder alles meint. Ja, der hat einfach nur... Gut, der hat einen Löwe... Hat er nicht mehr. Und der letzte, glaube ich, ist das. Ui! Wieder nichts besonderes. Seid meine Zeugen. Genau. Seid meine Zeugen. Wo ich gerade die Folge beende. Ich bedanke mich fürs Tusehen wie immer. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ein angenehmes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dankeschön. Euer Graphic Arrow. Tschüss!